Es steht ein Windenstart, das müsste aber passen. In der Wind soll er mal weggehen, ich sehe den jetzt nicht mehr. Das war ein Kabelbrauch. Okay. Sind wir okay? Für die Höhe? Ja, leider. Ich gehe an den Hang. Okay. Mach der Röhre, ich komme mit einer Rennung. Okay, let's try the hitch. Wir haben uns nicht verraten, wir haben vor allem 3 Repeaters. Okay. So, kurz eine Pause für alle Lärten. Okay. Ich will try to make a little bit of flight. Okay. And then you can drive. If you ever feel that it's getting strange in your stomach, then you have to tell me. Yeah, no problem. Ah, but maybe it's not strong enough for the K21. So the wind is, I think the wind is not strong enough here. Uh-huh. For the K8 it's okay, but for the K21... You have to run. I think it's clear. You have to run down. Ich schreibe die Beine auf. Das war nicht so erfolgreich. Willst du fliegen? Ein bisschen.